50 Games. Auch nicht die Welt, die wir brauchen. So. Und jetzt sind wir hier. Hier. Wir können nach oben hinweg. Eigentlich nur nach oben. Und, Moment, können wir auch nach unten? Okay. Gut, dann können wir die Gelegenheit nutzen, um aufzuladen. Brauchen wir überhaupt für unser nächstes Level. Oh, okay, das ist noch eine Menge. Dann können wir gleich noch das Kids besuchen. Hallo. Ich bin eine Mitglied der Vermögen Woodstein Trios. Wir haben normalerweise eine Varieté-Show in diesem Theater. Aber ich vermisse noch meine beiden Kumpel. Die holen wir dir gleich. Nachdem ich mir nochmal nachgeschenkt habe. Ja, das ist ja schon mal nicht wenig, was wir hier heute gemacht haben. In dieser halben Stunde oder was es ist. Jetzt frage ich mich nur, was noch kommt. Also es ist wirklich selten so, dass ich ein Spiel so lange nicht gespielt habe, dass ich wirklich fast gar nichts mehr davon weiß. Ob ich nur noch grau an ein paar Level erinnern kann. Oh, hier muss man natürlich rein. Das fehlte mir noch. Oh, Schwein. Oh, das hätte er ins Auge gehen können. Hm, wieder neue Gegner. Gleich zwei Leers. Eigentlich hätte er mir vorhin angezeigt, ich hätte nur noch fünf. Das kann ja schon mal gar nicht hinkommen. So, und ich nehme mal an, das wird jetzt einer von seinen Kumpeln sein. Ein Hund. Oder auch nicht. Hm. Oh, diese Echsen-Nerven. Oh, diese Echsen-Nerven. Und breine über den Bildschirm von ihm. Oh, wieder die Büsche. Die ungeliebten Büsche. Die ich aber zumindest von da ganz gut töten kann. Ja, so könnt ihr das ruhig machen. Oh, das kommt gelegen. Das ist quasi eine Mitteilung. Wir haben die Hälfte vom Level geschafft. So. Meine Steuerung. Mal wieder ein bisschen im Arsch. Meine Pflanze. Schießt Schmetterlinge. Böse Schmetterlinge. Böse Schmetterlinge. Böse Schmetterlinge. Hm. Oh, da kommt schon. Nicht so viele. Obwohl, wenn man sich das gemerkt hat, dann geht's eigentlich auch. Da geht's in den nächsten Tempel rein. Ich gucke hier nochmal. Nein, da gab's nichts. Oh, da. Oh, da. Aha. Hier bräuchten wir jetzt wieder ein neues Schwert. Hier kommen wir doch auch bekannt vor. Die wandern immer im Kreis. Okay. Die brauchen auch noch ein paar Treffer mehr. Noch einen Hund. Freue ich mich nur, wenn wir hier seine Kumpels wiederfinden. Ja, da kannst du gerne hinlaufen. Ist mir recht. Kollege Echse. So, eine Treppe. Und da haben wir nochmal Echsen. Die töten wir. Sollten sie uns nicht vorher töten. Ai, ai, ai. Ganz schön schnell. Medical Herb. Und das lädt uns natürlich wieder nur auf. So, und dieses Feld hier ist für diese Skorpione zuständig. Die wir nicht töten können. Bedauerlicherweise. So, wo war die Treppe? Hier. So, jetzt bitte nicht attackieren, während ich die Kippe ausdrücke. Oh, aber von allen Seiten. Oh, aber von allen Seiten. Und gleich noch eine Treppe. Wir werden aber das Leverin zuerst machen hier. Und dann irgendwo kamen diese Geister ja eben auch her. Die ich nicht rief. Und der kommt jetzt wieder hier her. Hm. Oh, okay. Wenn die Steuerung nicht so hakelig wäre, wäre es natürlich noch ein bisschen einfacher. Und ein weiteres Eichhörnchen. Gut, das ist wieder für die Skorpione. Oh, ah. Und noch einen Hund. Und noch einen Hund. Oh, den habe ich gleich gesehen, Mensch. Echsen. Danke, dass du nicht abgebogen bist. Und ein Krokodil. Also langsam mal wirklich sehr viel hier freigeschaltet. Ähm. Schauen wir mal den hier. Scheiße. Gut, da kommen wir nicht so ran. Aber kaputt ist es. Hm. Gut, dann versuchen wir jetzt zu dieser Mittelstelle zurückzukommen. Da ist sie. Und versuchen die Treppe zu nehmen. Noch weiter. Ich werde weich. Flammen. Und noch ein Maulwurf. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zurückkomme hier. Oh. Nein. Hier kommen wir nicht weiter. Nur mit dem... Ja. Gut, dann würde ich sagen. Versuche ich jetzt nochmal ins Dorf zurückzukommen. Und, ähm... Ach, das war ja wohl sowas von klar. Versuche ich nochmal ins Dorf zurückzukommen. Und gucke, ob ich da was bekomme. Dafür, dass ich jetzt so viel freigelassen habe. Und, ähm... Also, ich glaube ich wieder freue... Und, ähm... Das ist raus. Da ist das so viel... Da ist das so viel... Da saabt. Da ist das... Da wütig. Da ist es das... So, einen Hund. Ich kann dir alles mit Griechen sagen, was es ist, alleine wegen dem Buch. Okay, und jetzt lass mich mal einen Job beginnen. Das ist ein Restaurant. Möchtest du gerne das Menü sehen? Aber na klar. Okay, lass mich dir das Beste alles sagen. Sagen, das bist du. Nein, ich hab nur Spaß gemacht. Ja, das Restaurant ist bekannt für seine deliziösen Speisen und seine Fruchtdrinks. So, dann hat man hier noch einen Neulwurf, einen weiteren. Bist du nicht überrascht? Doch, schon ein bisschen. Boah, ist er eingeschnappt. Naja, können wir damit leben, ne? Hier hat man nichts. Oh, come on. So. Das kann er auch noch 80 Mal machen und wir sind nicht größer überrascht als vorher. So, und jetzt hatten wir hier noch die Krokodile. Und den Hund auf dem Friedhof. Ja, er bewacht den Friedhof. Und er hört etwas, aber er kann nicht sagen, von wo es kommt. Also jemanden. Den kennen wir schon. Boah, das war jetzt nicht alles. Ich glaube, wir hatten noch was, oder? Nun gut, okay. Ja, dann haben wir das für heute. Und würde ich sagen, wir werden in der nächsten Session dieses Level zu Ende machen. Ja, Ruhe, fein. Es gibt noch eine Menge zu erledigen. Ja, und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, euch machen die Videos hier von Soulblazer ordentlich Spaß. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, wie auch immer. Und von dieser Stelle auch liebe Grüße an die Anni. Und ich hoffe, auch du hast deinen Spaß. Ciao.